Hallo, ich begrüße Sie zu einem neuen Video von Citrus Secure Technologies. Ich bin Christoph Schomburg und erkläre Ihnen heute, wie Sie zu einer Fernsignatur kommen. Mit einer Fernsignatur können Sie online qualifiziert unterschreiben. Das können Verträge sein, Kaufverträge, Arbeitsverträge, aber auch einen Kreditvertrag mit Ihrer Bank. Was Sie dazu brauchen, ist eine digitale Identität. Und wie Sie zu der kommen, das zeige ich Ihnen jetzt. Diese digitale Identität brauchen wir ein Mobiltelefon, einen Computer und einen Personalausweis. Zu Ihrer digitalen Identität kommen Sie über ein Video-Identverfahren. Das dauert genau 10 Minuten und wird durchgeführt von Citrus Partner WebID Solutions. Um in Kontakt mit WebID Solutions zu kommen und dem Call Center Agents, der mit Ihnen die Video-Identifikation durchführt, brauchen Sie ein Formular. Das finden Sie auf der Webseite citentity.eu. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Füllen Sie das Dokument so aus, dass Ihre Daten mit denen Ihres Ausweisdokuments übereinstimmen. Nach der Bestätigung können Sie die Video-Session mit dem Call Center Agent per Mausblick beginnen. Sie werden jetzt verbunden. In dieser Video-Session werden Ihre Daten und die Echtheit Ihres Ausweisdokuments akribisch überprüft. Dabei wird ein spezielles Verfahren durchlaufen, bei dem Sie die 100%ige Sicherheit haben, dass keine andere Person mit Ihren Daten eine digitale Identität beantragen kann. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie einen Aktivierungscode per SMS, den Sie bestätigen. Im letzten Schritt legen Sie Ihr Signaturpasswort fest. Dieses Passwort benötigen Sie jedes Mal, wenn Sie ein Dokument per Fernsignatur digital unterzeichnen möchten. Prägen Sie sich Ihr persönliches Passwort also gut ein. Ja, das war's auch schon. So bin ich an meine Fernsignatur gekommen. Und so kommen Sie auch noch zu Ihrer Fernsignatur, noch heute. Und Sie können qualifiziert elektronisch signieren, wann Sie wollen, wo Sie wollen und so oft Sie wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschau. Bis dahin. Bis dahin. Schnitzel. Untertitelung des ZDF, 2020